So, Paul, du bist deutsch? Okay, jetzt bin ich wieder da. Oh, dann hast du wieder sprechen gelernt. Digga, die haben Angst. Der hat mich durch ne Wand mit ner Scout. Na, aber die... Doch, das war durch ne Wand. So, aber sowas waren durch ne Wand. Also, wir sind in der Runde Wingman. Wie ihr vielleicht noch nicht erkannt habt, unsere Gegner haben an. Wenn die Paul mitbekommen hat, schießen die durch Wände. Ohne durch Wände zu schießen. Ah, so sind die richtig komisch. Ähm... Sehr schön. Ah, close aim close. Alles klar, Bro. Danke. Kannst du mir erklären, was der mir sagen will? Oder kannst du mir nur erklären, was der mir sagen will? Einer ist oben auf der Veranda. Der andere ist... Der andere... Nein! Doch! Lass mich mal ne schöne Runde. Ich weiß immer noch nicht so wirklich, was die mir sagen wollen mit close aim. Ah, einer ist unten durch. Alter, die haben an... Wallhack close. Alles klar, Digger. Sehr schön. Also, ich hab'n Wallhack. One XP. Okay, also ich hatte ein... Ein XP. Ich muss sagen, ich find deine ADA beeindruckend. Nice. Kannst du ein Tutorial machen? Kannst du ein Tutorial machen? Oh, lustig selbst. Ich bin aber auch ein Vollidiot. LOL. Oh, so ein Spassgeber. Warum ist das so ein blöde Drecksack? Ich kann unsere Gegner denken, dass ich hacken würde. Ich verstehe. Kann da hohen HP. Sehr schöne Runde, Paul. Das ist keine nächste IDEA mehr. Nice. Oh, dieser Drecksack. Schwimmt hinter der Ecke. Fuck it. Ah! Oh, es steht 4-4. Was wollen die? Wahrscheinlich ein Win. Ist das Sinn? Guter Witz. Als ob irgendwer gegen uns gewinnen könnte. Ich glaube, manche Aussagen muss ich nicht haben, wenn sie verschnitten. Digga, ich kassier' durch ne Wand. Und die regen sich darüber auf, wenn... Ich glaube, jetzt wär' wirklich mal ne gute... ...ne gute Zeitpunkt anzumachen. Ja! Wenn der nicht anhat... Digga, also der mit dem... ...eigentlich ziemlich stabilen Account... ...wegen dem ich mir Sorgen gemacht hatte... ...hat ganze 3 Kills in der Runde. Der hat an. Safe hat der an. Topfrack glaube ich auch, dass der anhat. Also, nach jedem Kill, den ich mache... ...sagt der Typ mir, dass ich ne Cheater bin. Den Kill, den er bei mir macht, ist ne Headshot. Los. Die Typen sind solche Mongos. Schön. Sehr gut. Jetzt will ich den Dreck im Morgen schneiden. Du hast nicht rein zu viel, dass ich mein Video von heute gesucht habe, ne? Nein. Ich hab' angekündigt, dass ich ab sofort täglich Videos hustlen will. Oh. ...produzieren. Aber ich muss jeden Tag... ...schreiben. Wow. Okay. Das hat... Schon echt so'n bisschen anhaben. Warum schreibt der? Ich schreib Close Aim oder irgendwie sowas. Haha. Jede einzelne Runde sagt der mir, dass ich anhabe. Okay. Nur der sitzt da oben. Ich hab' ihn angekündigt. Ich kann... Ich leg dir was rein. Ja, hat mich. Ausstelle dann. Ja. Fuck. Trotzdem, schöne Runde. Ja. Gegen Hacker. Gegen... Lass mich mal eben ein. Ich hab... Ubrank. Ja, mach. Hallo, du musst erst mal callen, wie viele Likes, Abos und Kommis wieder auf das Video sind. 1.500.000, eine Million. Lass gerne ein Like und ein Abo da. Genau das, was Paul gesagt hatte. Bis dahin. Ciao.